So, wir sind euch ja noch den Gewinner schuldig, wer hat denn deinen persönlichen Gegenstand gewonnen? Das ist David Endpunkt und was gibt es denn eigentlich? Nicht David Hain, Endpunkt wie Nordpol. Ich hatte ein Bild gezeichnet, ein Comic, so wie die letzten Male auch und alles schön handgemacht und das gibt's. Aber wie sieht es dann aus, was ist da drauf? Mal wieder ein schlechtes Wortspiel, so wie das üblich und gewohnt ist. Da bist du ja schon verraten? Ist ja auch ein Bild auf der Facebook-Seite. Sollte es. Ja, da kann man das glaube ich erkennen, kann man glaube ich lesen. Also dann brav auf Facebook gehen und mal das schlechte Wortspiel anschauen. Wie schätzt du denn jetzt die nächsten Spielrunde ein? Bei der Joyce war es ja eben gerade mal ziemlich knapp, habe ich gesehen. Aber sonst sind ja noch einige, weil die reden gerne viel. Das kann man schlecht einschätzen. Ja, das ist so YouTube-typisch, würde ich mal sagen. Ja, aber nicht nur. Das sind alles so die Halbprofis da. Die blöffen dann auch gerne mal ein bisschen und verunsichern einen dann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit Joyce weitergeht. Sie hat sich ja wirklich knapp noch rausgerettet und deswegen würde ich sagen, go Joyce, zurück an den Tisch. So, weiter geht's. Blinds mittlerweile bei 200 und 400. Sechs Spieler noch am Tisch. Drei davon haben bereits bei Let's Play Poker gewinnen können. Hast du auch zwei rote Diener? Joyce, Commanderkrieger und der Revi. Okay, kann man nicht mehr werden. Jetzt hat sich Sarah Zau an den Tisch gesetzt mit Kutte. Okay. Und nicht vergessen, jetzt schnell den Tipp abgeben, wer scheidet als nächstes aus. Und wenn ihr da recht habt, gibt's was zu gewinnen. Und zwar von dem Spieler. Radengeschnitzel, zum Beispiel Verlust, ein selbstgemaltes Bild. Und das könnt ihr mal überlegen, wer als nächstes rausfliegt. Und dann eventuell einen persönlichen Gegenstand gewinnen. Also, es deutet momentan viel offen, dass Joyce es werden könnte, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Mal Überraschungstipp abgeben. Queen, Junge, Fabulous, Leute. Queen, Junge, Dena reicht doch schon. Nein, nein, nein. Queen, Junge, Fabulous, bitte in die Tür. Keiner hat was getroffen. Der Bergmann liegt vorne mit König hoch, aber jetzt hat Joyce den Buben getroffen. Der geht viral. Dena. Im Amerika, USA. Alle Leute schreiben Queen, Junge, Fabulous. Check. 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 Hä? Unendlich. Der hält sich, der hält sich bis Weihnachten 2016. Der hat die 140 Zeichner. Ich glaube, ja. Also, 100. Kommander, Krieger, Versuch zu bluffen. Und so sieht der Kommander aus, wenn er blufft. Nämlich ganz ruhig. Und so kennt man ihn auch eigentlich gar nicht. Dann kann man sehr gerne mal ein Thema durchgeschehen. Hochkonzentriert. Ach, da sind wir locker hin, wenn man das alles angespült hat. Bube jetzt getroffen? Ja. Äh, natürlich. Natürlich. Ich habe trotzdem nicht viel, um zu kontern. Aber da, hier sitzt eine gute Hand. Da sitzt eine richtig bombende Hand. Also, wer hier irgendwie einen Treffer hat, rein. Alles reinstellen. Würde ich schon empfehlen. Herr Bergmann ist dran und überlegt. Mein Gedanke ist jetzt, kann ich vielleicht noch eine Straße kriegen, wenn die zehn kommen? Also, du kannst es nicht immer nur abwarten. Ja, natürlich. Was ist Geiles? Ich weiß nicht, wie man das ist. Gut. Was macht Joyce hier in? Joyce ist Ollen. Nein, sie ist nicht Ollen. Sie hat gepasst. Hoppla. Kannst du mal hier, mich neben mich setzen? Beide haben absolut Schrott in der Hand. Komm, da kuscheln. Sag mal, Ohr in Ohr. Fährt die größte Eier jetzt und setzt. Und vielleicht, ich will nur gucken. Ihr unterhaltet euch gerade, ihr sagt irgendwas, man versteht es aber nicht richtig. Wenn Herr Bergmann jetzt ein paar Chips in die Hand nimmt, geht die Hand vom Kommander hier direkt in den Macken. So, da habe ich es. Wenn ich jetzt umgekehrte Psychologieanwaltung... Ja, blüff mal. Ja. Pass auf, hätte ich fest. Check. Hätte ich fest. Check. So, checken kann er nicht, der Kommander. Der hat nämlich nur eine Fünf hoch. Er muss hier blüffen. Weil du gar kein Herz hast. Hast du ja gesagt, ein Bergmann an Chips hat er nicht da, oh no. Aber der war ganz gut. Neues T-Shirt-Design jetzt. Bergmann an Chips. Klingt wie so ein Gericht. Ich glaube, er spürt, dass der Kommanderkrieger nichts hat. Ja. Geht durch, der Bluff. Ja, du hast mich jetzt ein bisschen... Guck da, es ist... Wow. Was? Oh Gott. Da spielt jetzt ein Zeichzeibler. Alter, Respekt. Weniger geht es gar nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Das ist nicht zu glauben. Verstehst du, was ich meine? Ich bin technisch. Du weißt genau, was man... Ja. Da wird der Respekt ausgesprochen vom Profi. Und ich wusste, es wäre ein Trefferjad. Aber eine Frage. Warum zeigst du mir das? Warum zeige ich dir das? Einfach, weil ich auch von ihm dieses Image haben möchte. Okay. So nach dem Motto, eben habe ich König Dame gezeigt. Ich habe auch offen gesagt, dass ich König Dame habe. Vielleicht sehe ich das Spiel einfach mal anschauen. Das heißt, ich möchte einfach, dass ihr es schwierig habt. Er hat mich gerade richtig eingeschätzt. So, das heißt, bei ihm weiß ich, beim nächsten Mal muss ich genau so spielen, um ihn zu kriegen. Ich habe eine Straße. Oh, eine Straße pullest du? Was? Gut, okay, dann. Ich finde es schlecht. Aber sagen wir es mal so. Es war die richtige Aktion. Natürlich kannst du gegen so einen Bluff. Wenn du den Call machst... Lass mal weiterspielen jetzt. Nein, es ist in Ordnung. Alles gut. Aber du hattest kein Herz, ne? Das ist die Frage, ne? Vermutlich nicht. Weil sonst wäre ich ziemlich sicher mitgegangen. Hättest du nur... Was weiß ich... Das Problem war, dass du nicht gesetzt hast. Ja, ich wollte einfach raus aus der Kiste. Du hast so viel gelabert? Ich bin noch müde, lange Autofahrt gehabt. Ja. Bitte? Muss auf Toilette drücken. Habe ich das da schon reingelegt? Ja, ja. Du bist begleitet. Sehr. Ich check, ich check. Das ist natürlich schön, hier mal ein Family-Pöschchen. So, hier Stina. Du bist nicht dabei. Hi. Nein. Dame getroffen von Herrn Bergmann. Der einzige Lehrer am Tisch. Ist er Lehrer? Herr Bergmann ist tatsächlich im wirklichen Leben Lehrer. Und betreibt YouTube als Hobby noch parallel, aber sehr erfolgreich. Check. Ja, mit über 400.000 Abonnenten. Ist schon ein netter Nebenverdienst. Ist auch schon gecheckt. Was macht er für Inhalte? Ich meine, er ist Deutschlehrer. Ich weiß nicht, beide Fächer, aber Deutschlehrer ist er. Und bei seinen Videos? Auch Videospiel, Let's Plays. Und unter anderem macht er gerade auch eine sehr interessante Serie. Also hat in Minecraft, einem Videospiel, eine fiktionale Serie gemacht. Wo er das filmisch aufarbeitet. Kein einzigartener Herz. Zwei Paar. Check. Bei? 2.000. Das war süß. Das fand ich gerade süß, wie du das gemacht hast. Der hat aber schnell dazugelernt heute. Am Anfang habe ich dem ehrlich gesagt nicht so ganz große Chancen gegeben. Ja, man darf die Prinzessin nicht unterschätzen. Ja, das Irrenhaus. Ist das so eigentlich der Irrenhaus? Nee, ich hab keine Angst. Ich überleg nur gerade, ob ihr das Spiel verstanden habt. 2.000? Wir haben zusammen aufgelegt. Du kommst nicht vorbei, du willst gar nicht. Die stinkt. Ihr habt mich nicht eingeladen. Wir haben dich schon so oft gefragt, Joyce. Wie? Bei Twitter, aber du antwortest nicht bisher. Herr Bergmann, du willst sehen. Du hast bei Twitter gefragt, ob wir mal nach Berlin fahren wollen. Ja, war lauten wir das? Berlin ist aber ein Synonym für unser Haus. Ach so, war das so in Berlin-Style? Also treffen wir uns bei dem Haus, wann? Ja, wann haben wir unser Date jetzt, Revy? Danke, danke. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie es bei der Prinzessin, so wie es da aktuell bei den Chips aussieht. Wenn wir vielleicht nochmal einen Chip-Counter eingeblendet bekämen. Was? Joyce, macht ihr das nächste Date klar? Bei Revy und ich haben den Date. Ja, macht das schon. Ich hab hier gerade eben schon mal richtig gewonnen. 14.000 knapp. Revy mit über 30.000 vorne, Kommandarkrieger 20.700. Ja, und bei Joyce wird's jetzt wiederum ganz, ganz eng. Bei 300, Big Blind, 600. Herr Bergmann und Jens Knossala nehmen wir einfach gleich auf. Selbstverständlich, selbstverständlich hab ich gewonnen. Vielleicht solltet ihr mal die Dates etwas zurückstellen, Joyce, und ein bisschen mehr spielen, nicht immerhin auf sie gesetzt. Also, bitte den Kameramann mal Gesundheit. Gesundheit, ey, Gesundheit. Raus. Cheers, Kameramann. Aber ganz schnell. Muss auch sein, ne? Aber du bist schon wieder raus, darf? Ja gut, ich geh mit 2.5 nicht mit, ne? Ist auch nett, dass man jeden Techniker mit Kameramann anspricht. Aber nur weil du so viel hast zum Lassen, das kann ich nicht. Geht mir richtig umsach mit deinem Scheiß-Gesetze da, ne? Dann geh doch mal mit. Das ist richtig nervig. Du hast doch genug Dämonition. Du hast doch die Munition. Ich hab für die Munition. Wasser. Ja, aktuell Wasser, warum? Baby Cold. Es ist wirklich nervig, ne? Pold. Juck mich nicht. Mensch, ich kann nicht auf beide. Mensch, pass auf. Du sagst, ich gehe aus dem Sack mit dem Racer. Das ist jetzt die erste Hand, die ich mal verliebt. Die Prinzessin auch dabei mit Ass 7. Alle drei haben Ass. Die Prinzessin mit der besten Buy-Karte. Der 7 zur Zeit. Morgen nehm ich dir den Drucker. Und Baby trifft die 2. Jungs! Dena auch dabei? Klar. Oh, Dena ist ruhig. Dena ist in der Mojo-Phase. Dena all in. Hast du dich eingeschissen? Ne, das ist scheiße. Wir wohnen zusammen, wir kochen zusammen, wir lieben zusammen. Das haben wir mal alles. Ihr kommt doch nie. Was? Für die Leute. Wir probieren es jetzt mal. Wie viel? Kommanderkrieger setzt an. 2.800. Mich komplett an Luft, also gar nichts. 2-8. Du bist geisteskrank, ehrlich jetzt. Ja, ne? Du bist geisteskrank gegen mich so zu spielen. Oh. Siehst du, da haben wir einen Dena schon mal raus. Egal, welche Karte kommt. Außer es kommt ein King. Check. Ja, jetzt treffen beide das Ass. Ja, ich überlege. Das könnte teuer werden für einen Kommanderkrieger. 2. Definitiv mitgehen. 7. Oh, er erhöht sogar. Das wird jetzt richtig großspielig. Er muss eine 6 haben, ansonsten verliert er den Pott. Aber ein Bube oder ein König könnte jetzt die Situation auch noch mal verändern. Denn dann, Full House bei Rewi. Oh, da geht der Olin. Ich glaube, er ist raus jetzt hier. Er ist raus. All in. Da geht mir gerade der Arsch aufgrund, dass ey. Aber ich habe ja schon so viel reingeworfen. Ja, du hast auch einen Full House. Hat er das doch gar nicht erkannt? Doch, muss er ja auch erkannt haben. Und jetzt weißt du, wie man sich fühlt. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt. Komm, der Krieger ist raus. Er wird ja hier das Full House nicht wegschmeißen. Ja, der Krieger. Dass ich denke, ist nicht ehrlich. Du wirst ein Full House haben. 9.000 Einheimen. Was hast du denn, ist die Frage. 9.000 Einheimen. Puh. Ja. Es ist auch wirklich heiß. Alter, deswegen geht alles hier. Der Commander. Die Chips sind drin. Der Commander geht in die Lounge. Boah. Full House. Schöne Hand. Aber du hast wirklich gut gespielt. Und du warst ein sympathischer Wettspieler. Und Joyce streut noch mal ein bisschen Öl auf in die Wunden. Schön das Salz rein. Ja, was war los? Was war los? Nach den Herren bitte. Lass ich mal umarmen. Was ist denn los hier? Oh, was ist denn los hier? Normal bist du ja im Pokerass. Ganz ehrlich. Du hast ja auch schon mal gewonnen bei Let's Play Poker. Aber diesmal warst du ein Bluff ein bisschen. Du wusstest nicht, was hat er auf der Hand. Ich geh mal da hin. Ja, gerne. Ich hab ihm den König gegeben. Ah, okay. Ich hab ihm den König gegeben. Er hat bezahlt. Und hab dann gesagt, okay, alles klar. Wenn er bezahlt mit dem König, okay. Gerne. Ja, dass er nachher sein Full House bekommt. War glücklich. Nee, glücklich war's nicht. War scheiße gespielt von mir. Je nachdem. Du weißt es halt nicht. Nee, es war scheiße gespielt von mir. Weil du so hoch geraced hast, dass ich dachte kurz, okay, der probiert ihn jetzt mit dem Bluff auszustechen. Weil ich hab ja die Karten selber nicht gesehen, als ich da vorne saß. Und ich dachte, vielleicht fällt der Revi drauf rein. Denkt so, nee, okay, oh, der steigt ganz hoch rein. Nichts. Geh ich mal lieber raus, halt mich zurück. Aber Revi hat ja selber ein geiles Blatt. Der Revi hat ein gutes Blatt, gar keine Frage. Deswegen, so lief's, so lief's. Mein Lieber, das war mir Ende, wir sehen uns nachher. Jetzt gehen wir mal wieder zurück an den Tisch. Der ist echt gut, der Knossaller, muss man sagen. Der reißt das Ding nachher. Reißt du das nachher? Wenn nicht, sprich ich um. So, Platz sechs für das Team Commander Kedos. Drei Punkte. Also, Kedos steht genauso wie Fabian Siegesmund und Marcel. Looks like Link. Natürlich gleich unter Druck. Ciao, ich komm. Achso, da hab ich ja noch hundert. Was? Komm mal rüber zum Kedos. Ja, lass ich dich mit den hunderten, wenn das aber egal. Du bist so lustig. Kedos will mal wieder nicht reden, das kenn ich von ihm. Guck mal, ey, er hat das falsch gemacht, ich hab noch hundert. Ja, ich hab mich verzählt einfach. Das ist mega geil. Warte mal nie meine Stärke, ja. Jetzt geht auch Joyce. Jetzt sind nur wir beide drin. Brauchst nur noch hundert. Raus, glaub ich. Also, ich, ist jetzt schwer, aber kann ich nochmal gegen 25. Die Prinzessin zieht mal wieder an allen vorbei. Die Prinzessin nimmt jetzt hier die Joyce vom Tisch, wenn jetzt nicht noch zwei perfekte Karten kommen für die Joyce. Sieht so harmlos aus, ne? Nein, geh weg. Verpiss dich. Was hast du denn? Joyce all in. Ja, gut. Könnte. Ja, es müssen zwei perfekte Karten, ja. Was, was, äh, ja. Nein. Wir sehen uns ja morgen wieder drüben. Das war ja alles mit System, ne? Wenn jetzt der König kommt, kann sie gewinnen, ne? Es gibt noch einige Hände. Moment. 9-9. Nicht so richtig viel 9-9. Und jetzt haben wir nie mehr gewinnen. Wenn du ne 7 kommst, dann hat sie die Straße, dann wäre sie noch dabei. Ne, Dena. Und das ist aber auch die einzige Möglichkeit. Wenn du ne 7 kommst, verlierst du, aber es gibt nur noch drei Siebner in diesem ganzen Kartenleck. Ja, das sind die Outs für Dena, die, äh, das sind die Karten, die kommen können, damit er in die Hand nicht verliert. Besser wäre es, die Karten für Joyce zu sehen, das sind nämlich nur drei Siebner. Kommt nicht. Applaus für Joyce. Und tut mir leid, David. Von einer Prinzessin geschlagen, die gute Joyce. Wer? Ja, wenigstens ist sie für die Einzelheit-Krone nominiert. Als beste YouTuberin des Jahres ist ja auch was wert. Ja, gut. Ich hab dich gezählt. Komm. Ich bin mein Jacken mit. Vier Punkte für Joyce. Dass du rausfliegst, das kann ja wohl nicht sein. Nee, oder? Ich hatte hier viele Fans, ne? Ja, was ist denn passiert? Du bist ja immer derjenige, ey, du bist immer bei mir das Ass im Ärmel sozusagen. Das hat von Anfang an heute nicht richtig gefluckt bei mir, ich weiß nicht. Irgendwas war da heute, ne? Bin nicht richtig reingekommen. Aber nicht doppeldeutlich. Hat der Hai noch Chancen, meinst du? Hat der Hai noch Chancen? Ähm, der grinst schon so, ne? Doch, der David, der kackt. Der kann das rocken noch. Also, sie hat ja gewonnen, weil sie hat sich ja ein Date mit Revi klargemacht. Ich mach mir dann nachher auch einfach eins klar. Moment, ich hab eben schon gehört, ihr klappt miteinander. Das hab ich genau gehört. Nimm mich, nimm mich. Nimm mich, nimm mich. Das hab ich genau mitbekommen. David kriegt sie alle. Das ist rockig. Oh, David, ja. David kriegt sie alle. Ach, dich auch, oder was? Nee, das hast du vergessen, ey. Wer weiß. Ja, vielleicht in einem anderen Land, in einer anderen Zeit. Nachdem, wie spät der Abend heute wird, wie viel mehr. Aber deine Jacke klau ich mir dann. Irgendwas muss ich davon haben. Die ist schon cool. Ja. Die auch cool. Ach, Mist, ey. Ich hab die erst ein-, zweimal im Leben an, aber ich hab die zwar schon jahrelang. Ich hab das Wort nicht, dass du so gut abschneidest. Die Krone, ja. Also er sagt selber, ja, die Krone ist es. Ich hab Joyce mit der Krone verführt. Bist du denn verführt? Bin dabei. Fotos? Machen sie ein paar Fotos jetzt noch. Joyce, bist du traurig oder nicht? Ich bin voll traurig, weil es macht mir noch viel Spaß, aber gut, ich bin, wie sagt man, was für eine Verliererin? Eine Fähre, ne? Du bist die Siegerin der Herzen. Bei dir, ne, Kelly ist ja diesmal nicht auf meiner Seite. Sonst sind, ach, ja. Aber, also bei mir auf jeden Fall. Ja, liebe Freunde, ich würd sagen, wenn die da kleine Fotos machen, geht's ja gleich weiter mit der nächsten Tische. Und ich weiß gar nicht, müssen wir irgendwann mal nicht in die Werbung auch gehen? Ja, auch das, und wir haben ja auch noch einen Gewinner offen für den Dan, aber das würde ich auch sagen, dass wir das erst nach der Werbung verraten. Machen wir nach der Werbung. Spannend machen. Bis gleich. Verleidigung, wir sind noch zu viel mit dem Ding hier.